Musik Guten Morgen ihr Lieben, wir machen uns jetzt fertig, weil wir in einen Freizeitpark fahren und ich habe gar keine Lust, irgendwas sofort zu bereiten, deswegen waren wir in den Fresspark. Da bezahlt man nämlich nur 15 Euro und dann hat man alles inklusive Pommes, Burger, Eis, Getränke, da gibt es jetzt zwar keine Cola und so, da gibt es so Sirup-Getränke, aber es reicht vollkommen aus, Kaffee, Eis gibt es kostenlos dazu, Tee und das war's. Und natürlich die Fahrgeschäfte, also richtig cool, man braucht sich gar keine Gedanken machen, was man einpackt, sonst wie es, man kann einfach losfahren. Ich muss hier nur Pampers mitnehmen, 1, 2, 5, 5, 6, 6, müsste glaube ich reichen. Dann Klamotten, Wechselklamotten und Flaschen. Wenn man den Filter anmacht und einfach weg geht. Oder einfach Lili heißt. Oh mein Gott. Keine Lutschiks neue Gedanken, was du? Mama? Ich heiße Lili. Und das ist so schlimm, wenn man Alzheimer hat. Alzheimer? Das ist deutsch. Bisschen rechts, hast du vergessen. Mir wird halt richtig schlecht. Ey, wieso? Oh mein Koffein. Hast du gar keinen getrunken? Doch, zwei. Ja, du musst einen Koffein... wie heißt das? Koffeinentzug machen. Von deinem ganzen Booster. Das ist von gestern viel Fressen von der ganzen Booster. Ja, aber du musst trotzdem, du haust dir so viel Koffein rein in letzter Zeit. Immer wenn wir in diesen Park fahren, ist uns allen richtig schlecht, weil die Straßen so gehen die ganze Zeit. Wir sind angekommen! Ich habe es gerade schon mal gefilmt, aber ich habe gar nicht aufgenommen. Jetzt musst du sagen, yippieyayay Schweinebacke. Das sind zwei Sachen gleichzeitig, das ist zu viel. Hast du ein Auto abgeschossen? Ja, habe ich schon. Weiter halten, weiter halten. Das ist so. Ich bin schon Sport, aber ich bin schon nicht gehalten. Und natürlich gehen wir als allererstes essen, oder? Pommes und Böer. Wir haben die Gurken vergessen! Nein! Wir haben Gurken holen. Nein, wir hatten auch Gurken im Kühlschrank. Ja, lass nach Hause holen. Ja, komm. Heute gibt es aber keinen Automaten. Hä, wir haben doch jetzt einen Trick. Ja, wir haben bei TikTok... Ich habe so eine abonniert, die dann zeigt, wie man die Kuscheltiere aus dem Automaten holt. Und jetzt wollen wir das probieren. Aber jeder nur einmal. Jeder hat einen Versuch. Nee, es klappt doch. Die hat gesagt, drei. Die schon? Ja. Jeder einen Versuch. Drei. Jeder einen Versuch. Drei. Hedl! Sie hat gesagt, drei. Du musst das Kuscheltiere erstmal ranholen, dann reinholen. Dann sechsmal, oder was? Ja. Als erstes müssen wir diese Dinge ausfüllen. Als erstes nicht, nur wenn du Hunger hast. Ja. Also bei Lili immer als erstes. Also was möchtest du? Pommes einmal? Was willst du? Ja, Jell-Pommes. Heiler-Pommes. Eine für beide, right? Ich will immer Huru-Huru. Hurrikante. Wie viele? Drei. Ich hoffe. Zwei. Zwei. Ich denke, sie nicht sehen. Hamburger eins oder zwei? Hamburger zwei. Zwei. Okay. Keine Tasche will ich hier. Nein. Okay, dann komm mit. Das schon nicht vergessen. Wollen wir doch später essen? Nein. Die Schlange ist aber richtig groß. Die ist nicht groß. Oder wir machen. Du gibst das ab und wir gehen schon mal auf Kariseli. Ja, können wir machen. Okay, hier. Tschüss. Da muss man sich jetzt anstellen. Und dann kriegt man das Essen. Okay, wir gehen auf Kariseli, ja? Du Arsch. Komm ich. Du hast es vorgeschlagen. Ja gut. Ja gut. Ja gut. Ja gut. Ja gut. Ist der Regen da? Da kommt gleich. Da geht's. Wie soll das auch die koelbaskonbuie sehen? Bitte und die koelbaskonbuie. Was ist das? Spannende! Oh! Was ist denn das? Happy dass ich noch mal vor. Heyに ich jetzt noch mal. Ich bin ein bisschen glücklich. Ich bin ein bisschen glücklich. Ich bin glücklich. Und das zu holen, Papa. Wenn Papa nicht gewinnt, dann klappst du rein. Wenn Papa nicht gewinnt, dann klappst du rein. Gut. Papa, ich bin Marschel. Papa, ich bin Marschel. Guck, du kannst es da nicht gewinnen. Danke. Nein. Komm, komm, komm. Danke schön. Komm, guck mal hier hin. Wow. Toll. Hey. Hey. Wake up. Wake up. Today's gonna be a good day. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up, day's gonna be a good day So life ain't easy yo, I think there's a reason though Ups and downs just like every different season yo Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing though I always gotta fight an eye from the demons yo Negative thoughts, a poison they ride Head full of flaws, so here come the flaws They'll never stop unless I can swipe All the bad for the good in my head when I'm lost So I'ma fake it till I make it Einen wunderschönen guten Abend, da bin ich wieder Ich schneide wieder das Video Ich hab ne Hose an Und diesmal hab ich das Ende aufgenommen Aber ich habe das Ende in Zeitlupe aufgenommen, ich Idiot Ich komm immer wieder auf irgendeinen Knopf Wo sich alles in Zeitlupe aufnimmt und ich merk es einfach nicht Es ist so nervig Aber Gott sei Dank sind es wirklich nur die Clips am Ende, glaube ich Ja Meine Fans Tag Ja, sag jetzt Ich sag ja Ihr könnt mir einen Daumen nach oben geben Ihr könnt mir einen Daumen nach oben geben Mein Kanal abonnieren Mein Kanal abonnieren Und tschüss Und hasta la vista, Arschkanister Bis zum nächsten Mal Diego An Vielen Dank.